Da ist der Ball über der Torhautlinie schon gewesen, Eckball Nummer 2 für die Österreicher. Kreuz, Meister, Jara und Kopfball, 1 zu 0! 1 zu 0 für Österreich! Und Bruno Betzei war es, der mit nach vorne gegangen ist und der diesen Treffer erzielt hat. Bruno Betzei, 1 zu 0 für Österreich! Der Eckball, kurz abgegeben von Kreuz, dann Baumeister. Jara, Idealflanke, Betzei hechtet sich hinein. Auch Welzl wäre da gewesen und Betzeis Kopfball bringt das 1 zu 0! Ein herrliches Tor! Und ein glänzender Auftakt für dieses Länderspiel. Willi Kreuz, Jara, Betzei, Kreuz, Jara, und Betzei, Wendel, der Ball ist im Vorfeld, Herr Ruppert, er ist noch wieder hingehend, ich hab schon gedacht, er rollt noch am Tor vor 3, 2 zu 0! Die Wiederholung! Schilden zu spät! Und ganz neben dem Stangerl rollt der Ball dann ins Tor, berührt noch die Innenstange und ist im Tor! Kurt Wenzel, 2 zu 0 für Österreich! In der 26. Minute der ersten Spielhälfte, jetzt aber Achtung, Wilkins, Brookings, Koppel ist frei! Und der Anschlusstreffer, der Eingländer, blitzschnell jetzt dieser Anschlusstreffer, nur Sekunden nach dem österreichischen 2. Tor, wer war der letzte Mann? Ich glaube Steven Koppel, der uns hier in Richtung Kamera entgegenläuft. Steven Koppel, der das Duell noch mit Concilia gewinnt. Und Kevin Keegan hat dann zuletzt den Ball berührt. Kevin Keegan nach Vorarbeit von Koppel. Keegan, Bergkopf, 1 zu 2. Hattenberger. 3-1! Jutti! Weltsl! Er abgelegt und da! Boah! Ein herrliches Tor von Kurt Weltsl! 3-2-1 für Österreich! Da kann man sich aber richtig freuen bei diesem Spielerfest, ein Freundschaftsspiel ist meine Damen und Herren, Aber ich hoffe, Ihnen geht es zu Hause auch so. Da spielt unsere Mannschaft aber wirklich gegen einen großen Gegner, gegen eine anerkannte Spitzenmannschaft. Richtig beherzt, traflos. Grenzender Einsatz zuvor von Jürtin und jetzt Wenzel bei einem wirklich fulminanten Sturmlauf. Hakt und schießt noch bei den Engländern. Mit dem linken Fuß und Schild ist geschlagen. Ist das ein Comeback für Kurt Wenzel in der österreichischen Nationalmannschaft? 13. Barnes. Keegan. Ja, und dieser Treffer hört den Friedl von Silja, der den Schuss von Keegan nicht halten konnte. Der Ball ist abgesprungen und mitgelaufen war Steven Koppel und es steht 2 zu 3. Hier wird in der Wiederholung der Ball aufgespielt. Zunächst einmal von Koppel, dann nur kurz weggeköpft vom Baumeister, dann schießt sofort. Keegan, der Ball springt vor Konzil ja auf. Dem springt der Ball weg. Und eingeschossen hat, glaube ich, es war Peter Barnes. Es war schwer zu erkennen. Peter Barnes dürfte... Thompson, Wilkins, Francis, Barnes. Wilkins vor. Abgefälscht der Ball nach einem Schuss von Wilkins. Ausgleich, 3 zu 3. Wilkins schießt sofort. Damit steht es jetzt in der 64. Minute 3 zu 3. Wir sind noch, naja, ist noch lang zu spielen, noch 26. und zwar... Sarah... Wieder Kopfball und Tor! Tor! Und es ist wieder Bruno Petzay! Bruno Petzay, zweiter Kopfballtreffer von ihm in diesem Spiel. Und in einem entscheidenden Moment dieses Spieles, wo die Begegnung doch ein bisschen auf einer schiefen Ebene in unsere Spielhälfte sich zu verlagern begann. Ein psychologisch unglaublich wertvoller Treffer. 70. Minute. Petzay, 4 zu 3 für Österreich. Schauen Sie, mit welcher Wucht er sich hier in den Ball hineinwirft, in diesen Flugball und seinen zweiten Treffer erzielt. Ist das ein Spiel heute hier im Wiener Stadion, ein Fußball?